Ich möchte gerne von den Versammlungsteilnehmern einen Applaus für unseren Gerhard Estermann und sein Team. Hier sind die Unterschriften. Und da kommt der Trunny ja gleich mal einen Zapfenstreich blasen dazu und dann bringen wir die Unterschriften zum Innenminister. Jawohl! Was wollen Sie? Was wollen Sie? Jawohl! Herzlichen Dank, Toni! Das war der Zapfenstreich für unsere Bayerische Staatsregierung und den Bayerischen Landtag. Die Abberufung läuft! Wenn ich den Herrn Geißer richtig verstanden habe, dann möchte er nur zwei Menschen gestatten, die Unterschriften zu übergeben. Freiherrn möchte aufhalten! Hallo! Ich bin ein freier Mensch. Das geht doch wohl nicht. Warum? Ich bin uns! Dann bin ich keinem mit der Zapfenstunde! Auflaufen! Ich bin ein freier Mensch. Auflaufen! Ich bin ein freier Mensch. Ich bin ein freier Mensch. Ich bin nicht erhaftet, aber wahrscheinlich nicht alles kommt. Alles, alles he? Das ist der Hausrechtsbereich. So bitte, verlassen Sie den Raum. Danke schön, der Wein ist kaputt. Wir haben es uns einmal gesagt. Das ist der Hausrechtsbereich. 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 Das ist der Hausrechtsbereich.